Falls ihr noch günstige FIFA Coins, PSN oder Xbox Live Cuts braucht, checkt gerne mal meinen Sponsor, IG-Ford auf den Link und den Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch neue Sachen in meinem Shop, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen, Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Was geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle und heute Abend, ihr wisst es vielleicht, spielt Real Madrid gegen Atletico Madrid, das Real Derby, also das Top Spiel an diesem Wochenende. Und deswegen haben wir das Ganze überlegt, machen wir das auch mal hier und mit dabei ist natürlich wieder Wax, was geht Bro? Yo, was geht ab Leute, What's Pop und Wax ist auch mit am Start und ihr könnt eure Tipps für dieses Spiel gerne mal in die Kommentare schreiben. Was meint ihr, wie geht das aus, wird Real gewinnen, wird Atletico gewinnen, ich denke Real Madrid wird das machen. Ja, die müssen mal langsam, die müssen mal langsam ein paar Spiele gewinnen, ihr wisst es, wir machen es immer so, wir dürfen natürlich heute in unseren Teams nur Atletico Madrid Spieler oder Real Madrid Spieler nehmen. Oder natürlich Legenden, aber maximal eine, du weißt es, die zählt als Joker. Beide haben wir, Cristiano Ronaldo als Kapitän. Und da würde ich sagen, starten wir direkt, lasst gerne wer liked ab, wenn ihr sowas öfter sehen wollt zu diesen Top-Spielen, dann können wir das im nächsten Mal nochmal in der Champions League machen, irgendwie Bayern gegen PSG oder so. Also, smash den Like-Button, was würdest du sagen, Bro? Wie viele Likes packen wir hier wieder? Boah, für dieses krasse Spiel würde ich sagen, 5000 Likes packen wir schon, oder? 5000 Leute, auf unseren Nacken, wir kommen zu den ersten Spielern, Stürmer und rechter Flügel, ab geht's. So Leute, weiter geht es, wir kommen zu den ersten Spielern, vorher wie immer, falls ihr noch Bock habt, auf die Nice-Hoodies, check gerne meinen Shop aus, in blau, in rot, in grünen Autogrammkarte. Gratis dazu, Leute, Link ist oben in der Beschreibung, gerne abchecken und hau raus, du fängst an, halt hoch, ja, wieder auf. Digga, ich bin gerade Laserwakes, Alter, wenn du willst, dass in der Cam, was ich da gerade mache, richtig fresh, Alter, richtiger Laserwakes. Okay, wir fangen erst mal rechts, wir fangen rechts an, da hab ich Lucas Vazquez, und das Ding ist, da gibt's nur zwei Spieler, Bale oder Vazquez, weil Aletio hat keinen rechten Flügelspieler, das ist die Kacke, und auch keinen rechten Mittelfeld, deswegen könntest du ihn haben, es sei denn, du hast Bale aufgeschrieben. Und im Sturm hab ich meinen Joker direkt mal eingesetzt, du weißt, dass ich mir einen Gold hab, ich hoffe nicht, dass du ihn aufgeschrieben hast, es ist Pelé, Digga, 91er-Ikone Pelé, absolute Maschine. Da, 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 Pelé, natürlich weiß ich das nicht, ich dachte, du nimmst ihn nicht mit, Alter, du hast den neu und nimmst ihn sofort mit, Alter, hätte ich nicht gedacht, ich dachte, das ist zu auffällig, ich hab gedacht, du gehst mit Benzema, und bei Vazquez dachte ich, gehst du mit Gareth Vazquez. Nein, ich dachte schon, ja, du weißt, ich hatte ja auch Bale, aber ich hab ihn verkauft, hab ich dir das erzählt, ich weiß es nicht, Alter. Ich glaub, du hast es erzählt, dass du ihn verkauft hast, damit du Pelé und 90er-Folle trugst. Ah, okay, okay, das Ding ist, es gibt nur Vazquez da, oder Bale halt, und ich hab grad keinen Konzert mehr. Du weißt auch, ich hab Bale, ne, in meinem Verein. Du hast Bale, du hast nicht Bale, hau raus. Ich hab Bale in meinem Verein, aber mein erster Stürmer, den ich mitgenommen hab, ist entweder Antoine Griezmann, den du sowieso in jedem Showdown aufschreibst, auch wenn es kein, äh, kein, kein Atletico-Real-Show ist. Vielleicht heute mal nicht, vielleicht heute mal nicht. Du schreibst ihn trotzdem auf, auf jeden Fall hab ich hier Kevin Gamero. Sag mal, hast du Griezmann, sei ehrlich? Ja, Junge, ich schreib ihn jetzt so lange auf, ich hab gesagt, bis ich ihn irgendwann hab, schreib ich ihn auf. Scheiß, Alter, ich will ihn einmal mitnehmen. Und dann hab ich auf rechten Flügel Gareth Vazquez. Ja, okay, komm, ich mach's kurz, beide direkt mal, würde ich sagen, Zidane, Luca Zidane auf dem rechten Flügel. Es war klar, dass du Vazquez auch mitnimmst, okay, ah, das heißt, beide auf dem rechten Flügel, Zidane. Wir schauen mal, let's go. Beide haben den Luca Zidane auf dem rechten Flügel, der mit einem neuen Spielerbild da am Start ist, richtig nice. Ja, Mann. Ja, der Typ ist in Maschinen, ihr wisst es selber, der Typ ist im Spielfeld ganz gut. Kommen wir zu meinen nächsten Spielern, ich fang links an. Und da hab ich einen von Atletico Madrid, es ist eine Path to Glory Card. Und zwar, Saul, ich hoffe mal nicht, dass du weißt, dass ich ihn hab. Geiler Typ auf jeden Fall. Und rechts, da geh ich mal von aus, wirst du drauf kommen, Alter. Ich geh mal echt stark davon aus, es ist... Oh, warte mal, ich muss ihn noch kaufen. Ja, wenn du ihn hast, dann brauch ich ihn nicht kaufen, wenn nicht, dann kauf ich ihn Asensio. Und auf meiner ZOM-Position hab ich es ein bisschen tricky gemacht. Und zwar Antoine Griezmann. Ich denke mal, da rechnest du dich mit als ZOM. Es ist nur der Leihspieler. Bevor jetzt wieder einige was schreiben, wenn Tim gleich beim Abschluss den Leihspieler treffen sollte, muss ich meinen besten Spieler, also Cristiano Ronaldo, abstoßen. Nur mal so gesagt. Hau raus. Ja, dann hast du Asensio. Dann lass mal deinen Griezi da stehen. Ich hab einen von dir und das ist auch der, den du gerade gesagt hast. Asensio. Naja, okay. Ich wusste es. Deswegen hab ich ihn noch nicht gekauft. Okay, ja, okay. Dann kommt da der nächste. Okay, jetzt komm ich zu meinen Spielern. Ich wusste ja nicht, dass Sol eine Path-Karte hat. Saul. Ja, du bist ja auch nicht. Ich hab den aus diesen zwei Spielern. Richtig geil, Liga. Richtig nice. Okay, ich fang bei mir an. Ich könnte jetzt einen Cholet oder einen Viera nehmen, was du wahrscheinlich nicht denkst. Nee, hab ich... Hast du nicht dran gedacht? Nee, ich hab nicht dran gedacht. Stimmt, ey. Mach weiter. Und ich hab einen mitgenommen und es ist Cholet geworden. Ja, okay. Darfst du halt. Dann hab ich einen Atletico-Spieler, der heißt Koke. Ganz stabiler Typ mit vier... Was? Den hab ich noch gar nicht. Musste ich auch noch kaufen. Koke und dann hab ich einen weiteren Atletico-Spieler und das ist Saul. Aber nicht als Path-Karte, sondern als normale. Er geht nur. Ich bin mit zwei Realspielern gegangen. Kovacic und Asensio und Koke. Oder wie du sagen würdest, Koke. Koke ist am Start. Also brauchst du auch nicht holen. Das heißt, wir sind gleich auf. Beide zwei Brunze-Spieler. Viel Spaß im Mittelfeld. Aber wir können vielleicht denselben holen. Da haben wir beide das gleiche am Start. Und dann geht's ab zu den Außenverteidigern. So, ab geht's zu den nächsten zwei Spielern Außenverteidiger. Und ich fang direkt rechts an. Da hab ich eine Special-Card. Und den hab ich in meinen Weekend League-Packs gezogen. Und zwar zweimal. In beiden. Dreien von Packs. Frisalko. Du kennst ihn. Ist ein bisschen undercover. Ich hoffe mal nicht, dass du drauf kommst. Und links. Den muss ich noch holen. Es sei denn, du hast ihn. Nein, es ist die Once-to-Watch-Card von Theo Hernandez. Ey, Leute, jetzt denken bestimmt alle. Weil wir haben bis jetzt fast nur die Spieler getroffen, die wir noch nicht gekauft haben. Jetzt denken alle, das ist Fake. Aber Leute, das ist wirklich kein Fake. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ja, das Ding ist, ich wusste es auch wieder zu Theo aufschreiben. Deswegen hab ich ihn extra vorher noch nicht geholt. War wieder klar, Digger. Das Ding ist, es gibt so wenig Spieler bei... Wenn man das macht mit Real und Atletico, dann fliegen natürlich mehrere Spieler raus. Aber du hast es nicht. Vresialko. Nein, ich hab Cavajal und Hernandez aufgeschrieben. Ja, okay, ja, na, okay, was soll's. Dann hol ich da den nächsten Bronzespieler. Kommen wir zu deinen Spielern. Und ich hab auch einen aufgeschrieben, den du gerade gesagt hast. Scheiße, also hast du auch Theo? Vielleicht. Oder du hast Cavajal? Vielleicht. Weil ich hab beide. Ich hab Cavajal und ich hab auch Theo Hernandez. Ja, okay, ich hab auch Theo. Guck mal, Leute, sogar als Erstbesitzer. Und er ist zwei Spiele mit dem gespielt. Den Once-to-Watch? Ja, den hab ich gezogen damals. Hast du immer noch einen Verein, Junge. Verkaufen doch mal, aber der bringt auch nichts. Okay, ich hab Theo Hernandez und Juan Fran. Junge, wir haben bislang genau auf denselben Position die Spieler. Ey, wir denken zu viel gleich. Ich mein, wir müssen jetzt mal ein bisschen anders denken. Okay, was soll's. Wir holen kurz da den Linksverteidiger. Und dann geht's gleich weiter. Noch drei Spieler jetzt. Und wir haben beide auch schon drei Bronzespieler. Das heißt, es können jetzt noch vielleicht einige dazukommen. Wir schauen mal. So, ich hoffe mal nicht, dass du wieder gleich denkst wie ich. Ich hab einen von, äh, wo ist der? Einen von Atletico. Das ist Jiménez und einen von Real Madrid. Und das ist Nacho Fernandes. Und im Tor hab ich einen von Atletico. Ich hoffe mal, du weißt nicht, dass ich ihn hab. Es ist Oblak. Du hast Oblak. Du hast Oblak. Ja, zwei Spieler. Ey, Junge, ich dachte, du hast genau, ey, ne. Ich dachte, du hast genau die Spieler, die ich hier aufgeschrieben hab. Weil ich hab Jiménez, ich hab Nacho Fernandes und ich hab Moya. Oh, nein, du hast beide Innenverteidiger. Aber ich dachte, ich hab auch noch dein Torwart. Alle drei wären noch krasser gewesen. Ich will mich nicht beschweren. Ey, Mann, das sind beide Innenverteidiger. Ich war noch am überlegen, ob ich Vallejo mitnehme. Oh mein Gott, Digga. Okay, das heißt, ey, ich hab ne volle, ey, ich hab drei Bronze Innenverteidiger. Was soll denn die Kacke? Okay, komm, dann muss ich wenigstens bei dir einen holen. Oh, raus. Ja, einen hast du eh, weil es gibt gar nicht so viele. Obwohl, doch, Verteidiger gibt es schon relativ viele. Zum einen hab ich Savic. Zum anderen hab ich genauso wie du Jiménez. Und im Kasten hab ich Moya. Nein, ich hab keine. Ey, was hast du denn aufgeschrieben? Ich hab Vallejo, Varane und Kassia aufgeschrieben. Ey, dein Ernst. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich dachte, du gehst safe mit Kassia im Tor. Moya hab ich voll verfeilt. Das ist die Nonnen gibt. Okay, das heißt, ich hab fünf Bronze. Ne, warte, vier. Vier, ne, fünf. Ich hab drei. Drei gegen fünf, Leute. Aber im Spiel kann trotzdem einiges bei mir schief gehen. Der Verlierer muss gleich abstoßen. Und somit würde ich sagen, geh mir jetzt ins Spiel. Ich hoffe, ich kann rasieren. Let's do this. Okay, Leute. Los geht es. Jetzt seht ihr nur die beiden Teams. Ich muss sagen, oh, Mann. Alter, ich hab echt einen Rundenacht. Ey, ich hab voll vergessen, dass du Pelé hattest. Mann, ich hab Angst vor Ronaldo und Pelé in der Kombo. Ja, okay. Aber deine Defensive ist stark. Naja, ab geht's ins Spiel. Verlierer stößt ab. Das ist Runden, Aldo. Nein, was mach ich? Ey, ey. Was geht hier ab, Mann? Hä? Was hab ich da angemacht? Hör doch mal auf. Boah. Der ist ganz, ganz krech, dieser Ronaldo. Da ist Cristiano Ronaldo. 1 zu 0, Mann. Garazzo. Ein Moment. Die Fingerschlüsse sind zu krass, ehrlich. Da macht dein Moya Garnitz. Boom, Alter. Ronaldo. Der war am Spot, Alter. Da war der Schockgisel, Mensch. Guck mal da. Saul. Ist der Linksfuß? Was? Der haut zweimal rauf und macht zwei Tore, Alter. Ich hasse so eine Spiele. Ich schwör's mir. Ey, ich frag noch, ist der Linksfuß in dem Moment einfach mal drauf geballert? Ich weiß nicht, ich glaub, der ist Rechtsfuß, aber das sah richtig krass aus. Nein, Bronziespieler hier. Boah. Den hat er aber auch reingehauen, Alter. Drei Schüsse, drei Tore. Was waren hier für Tore, Mann? Das gibt es doch nicht. 2 zu 1. Griezmann. Der wollte mich einfach wieder nur faul, Mann. 3 zu 1. Antoine. Griezmann. Direkt mal hier. Griezmann, Jube, Alter. Das war Saul, Digger. Das war aber auch Saul. Und dieser Torwart, ich fick ihn gleich, Alter. Diesen Hufren zu holen. Das Ding ist, ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich gar nicht zufrieden. Ja, und du wolltest auch gar nicht, dass Moja so eine Scheiße da macht, Alter. Den Doppelpass wollte ich spielen, Digger. Ja, geil, Elfmeter. Scheiße, Alter. Ey, wie schnell hat der die Karte gezogen, Alter? Der war Kartengeil, ey. Der hat die Karte schon ins, der in der Hand kam. Der hat sich das Spiel noch keine gezeigt. Der dachte, jetzt muss ich mal eine zeigen. Der wollte unbedingt. Come on, haben wir. Nein, 4 zu 2, Mann. Ey, wie viele Tore fallen die? Sechs Tore in 36 Minuten. Wir sind auf jeden Fall nicht Weekend League bereit. Boah, der macht das aber. Sahne und diese Finesse-Schüsse kann der Typ einfach. 5 zu 2, Mann. Den vermisst ich voll. Nein, meine Bronzespieler, Digger. Boah, Zidane, was ein Puss. Ah, oi. Bist du... Was ist denn... Rolle. Ey, was macht ihr da? Ja, Rolle, Digger. Wie haut ihr den denn gegen den Pusten, Till? Ich muss ja eigentlich schon vorrein, Mann. Aber was macht meine Defensive da? Das sind nur Bronzespieler, Mann. Geile Sache, fetten Sache. So, Leute, das war's. 5 zu 3 gewonnen. Das heißt, zwei Spieler Discarden. Aber du hast noch drei Bronzespieler. Ja, Mann. Mal gucken, was du treffen willst. So, Ronaldo-Rolle gibt es aber auch noch. So, Leute, los geht's. Discard, zwei Stück. Hau mal raus, sortier, sag, wenn du sortiert hast. Ich weiß nicht, wo ich Ronaldo und Rolle hinstellen soll, ne? Ich glaube, ich weiß schon, wer sich nimmt. Ich hab Angst, Digger. Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht ready. Okay. Ich würd sagen... Soll ich das so machen, Alter? Leute, soll ich das so machen? Ich glaub, ich lass es einfach mal. Was machst du? Wie lang ist das? Okay, so, so, so. Komm, 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 komm. Ja, Junge, ich hab Rolle und Christ. Okay. Ich hab schon die ganze Zeit überlegt, wollte ich von vornherein nehmen und ich bleib dabei. Ich hab ein gutes Gefühl. Linker und rechter Flügel. Ey, mein Herz ist stehen geblieben. Mein Herz ist stehen geblieben, Alter. Du sagst Linker und Rechter. Linker und rechter Verteidiger Ronaldo und Saul. Nein. Nein. Rechter Flügel, Guridi, Bronze und linker Flügel ist Gamero im Sturm daneben. War Rolle. Du warst so knapp dran. Ja, okay, Gamero ist in Ordnung, Digga. Ja, okay, das Ding ist Guridi, Westos. Die haben sich auch gar Bronze spielen. Ja, ja, Guridi war Bronze und Gamero gar nicht schlecht. 87 Tempo La Liga nicht so schlecht auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank hat es nicht Freude. Du hast jetzt Ronaldo links vertreten gehabt. Und Rolid Stürmer. Okay, nein, okay, Leute. Das war's. Der Gamero immerhin ist in Ordnung. Das war's von diesem Video. Wenn es ihr gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Checkt noch die Folge bei Tim aus. Da wird es die Revanche geben. Schauen wir mal, ob er da gewinnen kann, Leute. Checkt noch meinen Shop aus, falls ihr Bock habt. Auf die Nice-Hoodies. Link ist oben in der Videobeschreibung. In blau und rot und grünen. Und noch viel weiteres an Autogrammkarte gratis dazu. Gerne abchecken. Haut da rein. Macht's gut.